Der langsame Verfall des Caminito del Rey in der Schlucht der Gaetanes bei Malaga macht diesen Pfad zu einem der gefährlichsten der Welt. Doch jetzt wird er dank innovativster Technologie wieder nachgebaut. Drohnen zählen vielleicht zu den spektakulärsten Techniken, die die Baufirma Sando anwendete. Diese Bauarbeiter sind ohne Frage ungewöhnlich und beweisen sich auch als erfahrene Kletterer. Die Sanierung des vier Kilometer langen Weges wird von der Regierung der Provinz Malaga gefördert. Für Anfang 2015 ist die Fertigstellung geplant. Dann dürfen sich auch wanderlustige Touristen wieder ins Abenteuer stürzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017